Hallo meine Lieben, ich bin Sowie Thomas aka Sparkoyote. Heute machen wir wie immer das Depot-Update vom Monat März, immer am Monatsbeginn jeweils. Ich bin schon gespannt, wir werden sehen wie das insgesamt das Investmentportfolio performt hat in den letzten 31 Tagen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich oder wie ihr natürlich auch wisst, wahrscheinlich sieht es bei euch auch sehr ähnlich aus. Wir haben natürlich ein Minus im Portfolio und das ist nicht gerade niedrig. Wir werden jetzt direkt auch gleich schauen. Für alle die, die jetzt auch schon etwas neuer dazugekommen sind, es handelt sich hier um das Programm Portfolio Performance. Ich habe auch ein Tutorial zu diesem Tool. Es ist völlig kostenlos. Ihr könnt es mal unten in der Videobeschreibung abchecken. Und ich habe meine Aktieninvestment bei dem Broker Swissquote. Hier auch nochmal Full Disclaimer. Ich arbeite mit dem Broker Swissquote zusammen, habe aber unten auch, falls es euch interessiert, auch einen Erfahrungsbericht von mir reingepostet. Dann könnt ihr euch das auch noch anschauen. Aber ich würde sagen, wir legen direkt erstmal los mit dem Portfolio Update. Und wir sehen jetzt hier gerade auf dem Dashboard, wie immer, wir haben im Monat März minus 9,5%. Und ich muss ehrlich sagen, das war schon auch niedriger. Da seht ihr hier ganz gut, gegen Ende März ging es ja noch ein bisschen nach oben. Jetzt haben wir so eine kleine Seitwärtsbewegung. Ich glaube aber, das wird nicht lang anhalten sein. Ich packe natürlich keine Glaskugel. Das ist einfach so mein Bauchgefühl, dass mir das so ein bisschen sagt. Aber nichtsdestotrotz, mein Plan ist es, regelmäßig jeden Monat zu investieren und kein Market Timing zu betreiben. Von dem her soll es mir recht sein, wenn es weiter nach unten gehen sollte. Insgesamt habe ich diesen Monat also minus 16.609,40 Rappen im Investmentportfolio gemacht. Das ist schon eine richtig heftige Summe. Wenn man sich das so überlegt, bei den Ausgaben, Monatsausgaben von 2.000 Schweizer Franken pro Monat, sind das 8 Monate, die einfach mal flöten gegangen sind auf Papier durch Kursverluste und so weiter. Das ist schon recht viel. Und heute hatten wir noch, weil heute ist der 31. sogar noch plus 1.000. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich schon richtig heftig. Insgesamt das Jahr 2020 hat gut begonnen mit minus 16,8%. Wenn wir uns auch mal noch die letzten sechs Jahre anschauen, sehen wir auch ganz gut, das war aktuell oder ist aktuell das schlechteste Jahr bisher. Selbst 2018 war deutlich besser oder halt weniger schlecht, wenn man das so sagen darf. Aber natürlich kann man nicht viel daran machen. Performance-neutrale Bewertungen, Bewegungen hier, das sind einfach normale Einzahlungen. Also sprich, wenn ich Geld aufs Verrechnungskonto lade, Geld auch insgesamt einfach halt hinzufüge als Einlage. Das sollte jetzt natürlich im April auch nochmal etwas mehr werden, weil ich ja eben Geld auch für Investments reinlegen möchte. Aber wir werden jetzt dann auch gleich zu den nächsten oder zu den anderen Tabellen kommen, hier in Portfolio Performance. Aber wir sehen jetzt hier auch ganz gut, dass der Anfangswert von Anfang des Monats war ungefähr 175.000. Aktuell sind wir jetzt gerade bei 166.000. Gehen wir am besten nochmal auf die Vermögensaufstellung. Das ist so die Ansicht, wo man immer wieder alle Aktien, alle Investments und so weiter sieht. Hier sieht man auch ganz gut alles schön aufgelistet. Wir sehen natürlich alles relativ rot, gibt ein paar grüne Werte. Aber grundsätzlich, ja, sehr vieles sehr rot tatsächlich. Gegeben halt wegen der aktuellen Marktlage. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch hier Royal Dutch Shell, war ja kurzzeitig auf unter 1000 GBX oder unter 10 Pfund. Ich wollte ja da dann nachkaufen. Allerdings ist es ja so, ich habe verschiedene Regeln. Ich hätte jetzt da die Nachkaufregel von 6 Monaten gerne gebrochen. Allerdings hatte ich mein ganzes Budget für den Monat März schon getätigt. Und diese Regel werde ich auf jeden Fall nicht brechen, sondern ich werde einfach jeden Monat für 8.000 bis 10.000 Schweizer Franken investieren. Letzten Monat war es bereits, ja, auch schon eine höhere Summe. Und deshalb hat das halt eben nicht geklappt. Ich habe ja hier jetzt auch noch die, ja, Liste, wie viel ich letzten Monat investiert habe oder wie viel ich bisher dieses Jahr investiert habe. Ich habe letzten Monat für 9.192 Franken ungefähr investiert. Und es ist auch ebenfalls über der Sollgrenze gewesen. Insgesamt habe ich also dieses Jahr schon über 30.000 Schweizer Franken am Aktienmarkt investiert. Somit liege ich sehr gut im Plan. Sollte ich wirklich komplett das ganze Jahr lang so weitermachen, werde ich sogar wahrscheinlich über 100.000 Schweizer Franken investieren. So ungefähr 110.000, 120.000. Vielleicht aber mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber der Plan ist auf jeden Fall Minimum die 100.000 hier zu knacken. Hier bis Ende Dezember. Ich bin guter Dinge. Ich werde da hier Vollgas geben für die 100k Challenge. Aber das wollte ich hier auch nochmal kurz zeigen. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier nachgekauft habe ich BB Biotech. Da habe ich jetzt 100 Stück im Depot. Da ist auch die Dividende schon ausgeschüttet worden Ende März. Das sehen wir dann nachher auch im Dividenden-Tab. Dann habe ich weiterhin nachgekauft. Hier einige Titel werden wir jetzt gerade finden. Omega Healthcare für 100 Stück. Das heißt, ich habe jetzt 200 Omega Healthcare Aktien im Portfolio. Das war ein weiterer Nachkauf. Und wenn wir jetzt hier nochmal rauf gehen, Swiss Re habe ich aufgefüllt auf 80 Stück. Von 47 auf 80 Stück. Das heißt, ich habe 33 Stück nachgekauft. Das waren diese drei Nachkäufe diesen Monat. Und von dem her habe ich leider etwas teuer noch eingekauft. Weil die ist dann zeitweise auf unter 60 Schweizer Franken gewesen. Aber wie schon gesagt, ich werde da noch regelmäßig jeden Monat nachkaufen. Und denke, dass ich da längerfristig, natürlich hoffentlich mit dieser Vorgehensweise entsprechend auch, ja, mit einer guten Rendite hervorgehe, langfristig gesehen in 10, 20, 30, 40 Jahren, weil ich investiere oder ich investiere aktuell oder halt insgesamt eigentlich nur Geld, was ich langfristig anlegen möchte und nicht kurz bis mittelfristig auch nicht brauche, zum Leben, zum Investieren ins Business und so weiter. Das ist mir auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal auch sagen möchte. Einfach das Geld, was ich investiere, was ihr hier jeweils immer seht, in Kapitalanlagen, P2P Investments, Gold, Aktien und so weiter. Das ist Geld, was ich nicht zum Leben brauche. Und von mir aus die nächsten 40, 50, 60 Jahre oder halt theoretisch bis ich, also von dem Geld will ich gar nicht leben. Ja, das ist sehr wichtig zu betonen. Darum ist auch meine Aktienquote oder langfristig soll die Aktienquote nicht über 33% gehen. Also ich habe mir da schon sehr viele verschiedene Dinge überlegt. Und einfach, dass das auch nochmal verständlich ist. Ja, also das heißt, Geld, was ich investiere, auf das bin ich nicht, nicht angewiesen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch noch ein bisschen, oder ich will das halt auch immer wieder sagen, weil halt dann gewisse Leute vielleicht meinen, okay, ich habe zwar schon sehr viel Geld investiert, aber prozentual gesehen vom Gesamtvermögen ist es immer noch eine überschaubare Summe, die ich zum Beispiel in Aktien investiere, auch wenn es jetzt eine sehr hohe Summe ist tatsächlich. Ja, oder eine sehr hohe Summe, die ich monatlich investiere. Dasselbe übrigens auch für den Cashflow, diese 10.000, 8.000 bis 10.000, die ich investiere pro Monat, das ist nicht der gesamte Cashflow, den ich habe, sondern ich teile meinen Cashflow dann auf, auf zum Beispiel Aktieninvestments, P2P-Investments, Goldinvestments, Cashrücklagen und so weiter, Investitionen ins Business, in den Webshop. Einfach, dass das auch so ein bisschen verständlich ist und das klar ist und hier auch an dieser Stelle gesagt ist. Und auch, dass dieses Video natürlich keine Anlageempfehlung oder sonst irgendwas ist. Ich bin einfach ein Typ im Internet, der seine persönlichen Finanzen, meine eigenen Investments einfach öffentlich teilt und halt einfach meine Gedanken zu dem Ganzen oder zu der aktuellen Lage halt einfach teilt und wie ich jetzt gerade halt im Moment vorgehe. Also einfach das auch nochmal als kleiner Disclaimer. Bei Gold habe ich natürlich noch eine Unze gekauft. Da habe ich noch vor dem Lockdown, war ich noch beim Goldhändler meines Vertrauens, habe da noch eine Unze gekauft. Sollte der Lockdown länger anhalten als der 19. April hier in der Schweiz, muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Vielleicht muss ich es dann online kaufen oder vielleicht sage ich mir, ich warte einfach, bis das fertig ist und sobald der Lockdown dann fertig ist, gehe ich dann halt die sofort dann am Stück mehrere Unzen kaufen, um die Monate sozusagen, die sich aufgestaut haben, mehr zu kompensieren. Muss ich mal noch schauen, wie ich das mache. Aber aktuell habe ich sechs Unzen Gold in Münzform. Natürlich hier wie immer, man muss das sicher lagern. Das bringt jetzt nichts, wenn man das zu Hause lagert, in meinen Augen. Das ist bei mir ganz safe im Bankschließfach gelagert natürlich. Und ja, kommen wir zu den P2P Investments. P2P Investments, da werde ich immer wieder oft gefragt. Da habe ich auch ein Video in Pette, was kommen wird. Bleibe ich noch in P2P? Investiere ich weiterhin in P2P? Aktuell kann ich euch einfach sagen, ich bleibe in P2P. Das Ziel ist ja bis Ende ja 30.000 Schweizer Franken in P2P investiert zu haben. Relativ gleichmäßig verteilt auf die vier Plattformen. Bondora, Cash, Estate Guru, Mintos. Und ich möchte hier einfach sagen, schon vor dieser ganzen Krise waren P2P Investments für mich persönlich ein Hochrisiko, ein sehr Hochrisiko-Investment. Wo ich nur als Beimischung in meinem Portfolio habe und mir nur sage, maximal 4-5% vom gesamten Nettovermögen sollen da drin sein, wenn überhaupt. Und das ist einfach auch immer noch jetzt meine Überzeugung. Was ich aktuell nicht machen werde, und das hatte ich eigentlich vor, mir eine neue Plattform sozusagen noch, also die letzte Plattform, weil ich möchte eigentlich 5 Plattformen im Portfolio aktuell haben, aber das werde ich noch herausschieben, weil ich jetzt gerade aktuell die Lage jetzt so als Neubewertung relativ schwer finde, weil jetzt sich die Spreu vom Weizen teilt, weil vor allem auch Bondora, Estate Guru, Mintos schon auch die Big Player sind, ebenfalls Cashier hier in der Schweiz. Und ich aktuell jetzt einfach mal bei diesen 4 Plattformen bleibe, mit diesen 4 auch sehr zufrieden bin bisher und da einfach die Investments noch vertiefen werde, eben bis auf diese 30.000 Schweizer Franken. Ich möchte einfach eben nochmal an dieser Stelle sagen, es ist eine Beimischung, es ist ein sehr kleiner Anteil von meinem Portfolio und für mich ist es wirklich ein sehr hohes Risiko, ein extrem hoch Risikoinvestment, das habe ich ja schon sehr oft gesagt, ich habe ja auch schon viele Videos gemacht, wo ich zum Beispiel auch erklärt habe, dass Bondora Go & Grow durch die Liquidität kein Tagesgeldkontoersatz ist mit einem hohen Zinssatz. Es gibt viele Leute, die auch Videos gemacht haben in Vergangenheit, wo ich dann mir gedacht habe, hey, das ist einfach nur fahrlässig, wenn man jetzt Bondora Go & Grow als Tagesgeldalternative verkauft. Ich habe da immer gesagt, Finger weg davon, Bondora Go & Grow zum Beispiel ist genau wie jede andere P2P-Plattform oder P2P-Investment ein Hochrisikoinvestment, die Liquidität macht es nicht sicherer, es macht einfach das Investment liquider und das wollte ich einfach nochmal an dieser Stelle sagen, also bitte, bitte investiert Geld nur in Investment, egal ob jetzt Aktien, Rohstoff, P2P-Kredite oder sonst irgendwas, Geld, was ihr ja nicht zum Leben braucht und vor allem den Notgroschen, den Notgroschen niemals investieren, der soll so sicher wie möglich sein, auf irgendeinem Sparkonto, Girokonto oder was weiß ich, ja, so mache ich das zumindest und so kann ich das auch persönlich weitergeben oder zumindest als, ja, einfach mit euch teilen, so wie ich das halt eben mache, ja, und darum P2P-Kredite, in meinen Augen nach wie vor ein sehr hohes, hohes Risiko, wie auch schon davor schon, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zittriger, weil viele Investoren auch Geld abziehen wollen und das vielleicht auch in Aktien investieren wollen oder komplett raus aus P2P-Krediten wollen, hier haben wir dann allerdings auch das Problem, wenn alle raus wollen aus einem Investment, dann sinken natürlich die Preise enorm oder das macht natürlich den Plattform auch zu schaffen und es ist das ähnliche, dasselbe wie auch bei einer Bank, ein Bankrun, man könnte jetzt hier von einem P2P-Run sprechen, weil wenn jetzt jeder Kunde einer Bank zum Schalter läuft und Geld abheben möchte, sein gesamtes Sparvermögen abheben möchte, liquidieren möchte und das alles nehmen will, dann passiert auch bei einer Bank, ja, das heißt, das ist so aktuell, was wir gerade glaube ich haben, ist ein Vertrauensproblem, aber dennoch muss jeder selber entscheiden, was er davon hält und ich will jetzt da auch nicht Leute dazu anstiften, drin zu bleiben und so weiter, sondern ihr müsst das selber entscheiden, selber bestimmen, für mich persönlich, ich sage es nochmal ganz offen und ehrlich, ich habe jetzt so viel Geld drin, eine bestimmte Menge eben maximal 3 bis 5 Prozent, aktuell sind es ungefähr 3, irgendwas Prozent vom Nettvermögen oder knapp 4 Prozent und ich habe so viel investiert, wie ich maximal bereit bin, total zu verlieren, dasselbe gilt übrigens auch für Aktieninvestments, ich habe in Aktien so viel investiert, wie ich maximal, prozentual zumindest, bereit bin zu verlieren, ja, und das ist einfach so, was ich euch da mitgeben möchte, insgesamt bei Investments, dass ihr da auch ruhig schlafen könnt, weil ich schlafe wie ein Baby und ja, genau, auf jeden Fall, das ist noch so ein bisschen meine Meinung, ich werde da, also es kommt da auch noch ein Video, wo ich dann ausführlich nochmal über P2P an sich reden werde, wo ich das auch nochmal erklären werde, aber dennoch, ich glaube, es ist halt einfach so, dass es ein Hochrisiko ist und dass man das halt seinem Risikoprofil halt anpassen muss und wenn es halt nicht passt, passt es halt nicht. Ansonsten sieht alles, ja, relativ rot aus, ja, muss man ehrlich so sagen, wenn wir jetzt aber zu den Erträgen gehen, dann sieht das schon relativ besser aus, ja, weil wir haben im März 775 Franken und 28 Rappen am passiven Einkommen durch Dividenden und Zinsen erhalten und ich muss sagen, da bin ich schon echt zufrieden, wie das aktuell gerade läuft, Baby Biotech sehen wir natürlich schon als erste Position relativ hoch, weil ich habe jetzt da 100 Stück im Portfolio und hier handelt es sich wirklich um die Nettoeinnahmen, also fast 500 Schweizer Franken in einem Monat an Nettoeinnahmen. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen durchgerechnet, also wenn, ja, das ist ein Viertel von meinen privaten, persönlichen Privatausgaben, ja, also von diesem Monat März. Das heißt, durch das passive Einkommen hätte ich jetzt theoretisch die erste Woche vom Monat März leben können, ja, also einfach eine von den vier Wochen, die jetzt der Monat März hatte, hätte ich jetzt durch dieses passive Einkommen leben können, was ja eigentlich schon ganz crazy ist, ja, wenn wir uns mal anschauen, wir hatten im Jahr 2016 6.55 Franken, im darauffolgenden Jahr 24 Franken, äh, doch 24.20 Franken und danach dann 103.75 Franken und mittlerweile, ja, ähm, fünf Jahre später 475 Franken und das ist halt schon krass und ich muss halt auch sagen, das zeigt, wie so der Schneeball ins Rollen kommt und ich möchte euch jetzt hier auch keine Illusionen geben, es ist nicht nur Dividendenwachstum, Zinswachstum, alles mögliche, sondern ich habe halt auch viel investiert, viel eingezahlt ins Investmentportfolio und daher sind natürlich auch die hohen Sprünge, ja, einfach auch, dass das nochmal erwähnt wird und übrigens ist ja das erste Quartal vorbei und das erste Quartal ist natürlich gigantisch im Vergleich zum letzten Q1 2019. Mehr als das Doppelte an Dividenden und Zinsen haben wir 2020 erhalten im Vergleich zu 2019 und das ist einfach crazy. Wir haben über 1000 Franken an Dividenden und Zinsen erhalten. Ich bin gespannt, ja, also man muss sich so überlegen, Q1 hat jetzt fast so gut performt wie hier das Q2 2019 und Q2 ist ja auch die Dividendensaison und das bedeutet, ich glaube Q2 2020 könnte nochmal eine ganz andere Liga sein und vielleicht, oder ist so ein bisschen auch die Hoffnung, machen wir hier die 2000 voll, ja, also ich bin guter Dinge. Wir werden es sehen im, ja, Portfolio oder, ja, Depot-Update im Ende Juni, also in drei Monaten, wenn wir das Q2 abschließen, werden wir sehen, wie gut das Q2 performt, aber ich bin sehr guter Dinge. Erträge akkumuliert, sehen wir auch ganz gut, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr zufrieden insgesamt, also rein von den passiven Einkünften läuft es natürlich gerade enorm gut. 2021 möchte ich aber doch noch sagen, wird sehr relevant, weil 2021 ja den Geschäftsbericht vom Jahr 2020 haben wird und durch die aktuelle Lage natürlich viele dieser 2020 Geschäftsberichte wahrscheinlich vermutlich niedriger sein werden als 2019, vor allem in bestimmten Fällen natürlich, die sehr stark betroffen sind oder etwas stärker betroffen sind und ich glaube, das wird dann das kritische Jahr. Also ich glaube, dieses Jahr 2020 ist noch nicht so kritisch, vor allem was die passiven Einkünfte angeht, vor allem auch Dividenden, aber 2021, da müssen wir uns wahrscheinlich auch auf was gefasst machen, dass da auch vielleicht das ein oder andere Unternehmen, das normalerweise nicht kürzen würde, dann doch kürzt. Das kann ich mir gut vorstellen und wie schon auch gesagt, ja, so nichts ist sicher hier, ja, so das ist halt immer so ein Punkt, es gibt immer irgendeine Ungewissheit oder irgendeine Chance, dass dann doch etwas passiert, was eigentlich sicher gewesen wäre, aber dann doch, sich als doch nicht so sicher herausgestellt hat, darum auch einfach immer so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, ja, in die Zukunft auch so ein bisschen zu schauen, ja, in dem Sinn, oder zumindest zu antizipieren, was passieren könnte, selbst wenn es nicht eintrifft, dass es dann eigentlich sozusagen unerwartet trifft, ja, weil das ist das Schlimmste, wenn etwas unerwartet eintrifft, aber wenn man so ein bisschen paar Szenarien im Kopf hatte und eines davon passiert, dann weiß man schon, okay, ja, damit habe ich ja schon so ein bisschen gerechnet, auch wenn es jetzt scheiße ist, aber wenn es unerwartet ist, dann ist es immer so mit einem faden, negativen Beigeschmack, darum versuche ich mir immer verschiedene Szenarien auszumalen, aber einfach das noch so am Rande, was ich euch einfach mitgeben kann. Insgesamt Stände vielleicht hier nochmal zeigen, so sieht aktuell das Portfolio aus, wenn ihr das hier nochmal kurz anschauen wollt, das Diagramm würde ich nochmal gerne zeigen, hier kann man auch gerne auf die letzten 6 Jahre gehen, dann sehen wir eigentlich die gesamte Performance hier gerade, man könnte auch theoretisch 5 Jahre nehmen, glaube ich, hier nehmen wir mal 5 Jahre, dann sieht man hier ganz gut, wie wir hier jetzt so einen Angelhaken haben, ich nenne es jetzt auch mal Angelhaken, bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, ja, also ich würde es tatsächlich begrüßen, bin ich ganz persönlich ehrlich, wenn es noch weiter nach unten gehen würde, ja, irgendwo hier unten wäre ganz geil, weil dann weiß ich auch, wie ich, ja, in solchen tiefen Regionen reagieren würde, und ob ich dann immer noch so locker bin, wie ich jetzt gerade bin, oder vielleicht auch hier weiter, noch weiter unten, wer weiß das schon, von dem her, ja, so, ist ungewiss die Zukunft, ich habe mich vorbereitet, ich werde langfristig regelmäßig investieren, am Aktienmarkt, oder insgesamt auch, ja, mit meinen Investments, ich habe, oder halte mich hauptsächlich dann auch an meine Investmentregeln, werde regelmäßig investieren, versuche kein Market Timing zu betreiben, und, ja, ich hoffe, das war genug vom Portfolio Update, mich würde es so ein bisschen interessieren, wie es bei euch im Depot Update, oder im Depot so gelaufen ist, im Monat, März, oder insgesamt bei den Investments, Tops, Flops, oder wie ihr gerade die aktuelle, oder zukünftige Lage einschätzt, gerne in die Kommentare reinschreiben, ich diskutiere gerne mit euch, ihr wisst ja, ich beantworte auch alle Kommentare, auch wenn es aktuell ein bisschen länger geht, weil halt wirklich sehr viel, gerade Andrang, Nachrichtentechnisch und so weiter, auch Direct Messages auf Instagram und so weiter sind, ich würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr im Finanzrudel Community Club vorbei, ich schaute, ich kann gar nicht mehr reden, schaut im Finanzrudel Community Club vorbei, einfach finanzrudel.ca slash club, da sind mittlerweile über 1300 Mitglieder, davon auch sehr viele, über die Hälfte Schweizer dabei, würde ich mich also super freuen, wenn ihr da am Start seid, da diskutieren wir über Aktien, Business und auch Minimalismus, und viele weitere Themen, die euch interessieren werden, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, bis dahin, tschöö Leute. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.